Hallo zusammen, ich begrüße euch zu Rhön Grabfeld live der Version 1749. Das ist die Nikolaus Version kurz vorm zweiten Advent. Deswegen leuchtet auch schon fast das zweite Lichtlein. Das erste vom ersten Advent leuchtet natürlich jetzt inzwischen. Und ja, wir haben auch schon so uns vorbereitet fürs Wochenende. Hier seht ihr schon, die Taschen sind schon gepackt. Wir werden den Weihnachtsmarkt am Abster Container besuchen und wir werden in Bischofsheim auf dem Weihnachtsmarkt sein am Wochenende. Also seid auch gespannt. Wir haben euch auch die Termine unten in die Links in unseren Feed reingepackt. Und wenn ihr Interesse habt, ihr seid da sicherlich auch herzlich willkommen. Und wenn ihr uns trefft, könnt ihr uns gerne auch ansprechen. Ja, parallel haben wir jetzt auch angefangen mit Weihnachtsglitzchen backen. Da sind schon hier, seht ihr, die Vorbereitungen für das Spritzgebackene. Das hat auch alles wunderbar geklappt. Aber ihr seht, das ist jetzt die zweite Partie Anisplätzchen. Das hat nicht so richtig gut geklappt. Also wir suchen noch ein Anisplätzchen-Rezept, wo die Füßchen auch hochgehen und die nicht so platt laufen. Vielleicht habt ihr da ein paar Vorschläge, wie wir das besser hinbekommen. Weil wir haben jetzt die zweite Charge gebacken und irgendwie klappt das dieses Jahr nicht. Die kriegen keine Füßchen und die laufen. Vielleicht habt ihr ein tolles Rezept, weil wir hatten jetzt schon ein paar verschiedene ausprobiert und hat nicht funktioniert. Ja, letzte Woche hatten wir dann auch so ein bisschen ein ernsteres Thema, das wir uns angenommen haben wieder weiter mal. Und zwar waren wir in Schönau und einmal in Bad Kissing für die Gegner und die Befürworter des Nationalparks in der Rhön. Das ist ja der dritte Nationalpark, der ja diskutiert wird für Bayern. Wir haben uns da alle Beiträge komplett aufgenommen und sind auch dabei alle entsprechend vorzubereiten. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass ihr euch vielleicht wirklich alles anschaut. Weil es betrifft nachher nicht nur die Förster und die Waldarbeiter, sondern es betrifft die gesamte Rhön-Grabfeld-Region und auch Kissing sehr intensiv. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass ihr euch selbst eine Meinung bildet. Nicht nur, dass ihr euch darauf verlasst, dass das Umweltministerium die richtige Entscheidung trifft. Es hat mehr Auswirkungen als Tourismus und es hat mehr Auswirkungen als nur den einzelnen Waldbauern. Es betrifft die Holzwirtschaft, es betrifft verschiedene Sachen des Umweltschutzes. Es verbessert den Umweltschutz auch sicherlich in der Rhön. Aber das ist verschieden diskutiert. Also es gibt verschiedene Meinungen dazu und wir haben jetzt entschieden, wir werden das nicht schneiden, sondern wir werden die Beiträge so wie sie sind tatsächlich ins Internet stellen, damit ihr euch selber eine Meinung bilden könnt. Weil wir selbst sind nicht einig geworden, was jetzt der beste Weg ist. Grundsätzlich fände ich es persönlich, das ist jetzt meine eigene Meinung natürlich schöner, wenn ein Waldstück des Staatsforsten genommen würde, das bis jetzt noch gar keinen Schutzstatus hat, weil dann würde es die Gesamtfläche vergrößern. Aber wie ich jetzt gelernt habe, würde das im Ende vielleicht sogar wirtschaftlich bedeuten, dass verschiedene Arbeitsplätze wegfallen würden. Und ob das dann durch die steuerlich subventionierten Arbeitsplätze der Ranger wieder kompensiert wird, das ist sehr interessant. Also ich glaube, ich graue mir da nicht zu, wirklich eine finale Meinung für euch zusammenzustellen. Deswegen haben wir auch nicht mehr den geplanten Beitrag, wo wir das zusammenschneiden und vielleicht eine Conclusion daraus fassen vor, sondern wirklich jeden Beitrag für sich, so wie er ist, so wie er dort auch in den Vorträgen entstanden ist, zu zeigen. Und dann könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden und was für euch wichtig ist. Das ist ein ziemlich wichtiges Thema. Die Region wird es langfristig betreffen und eigentlich eure Kinder und Enkelkinder und Urenkel. Euch selbst wird das wahrscheinlich gar nicht so sehr belasten. Aber auch das ist vielleicht dann doch interessant, dass ihr die Zukunft eurer Kinder und Enkel berücksichtigt und vielleicht dann politisch Einfluss nimmt. Das ist so der Teil. Und jetzt gehen wir in die Vorweihnachtszeit. Wir werden jetzt überall gucken, dass wir die nächsten Weihnachtsmärkte für euch so ein paar Stimmungsbilder mit aufnehmen. Und ja, ich denke, ihr habt jetzt drumherum auch genug zu tun. So wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Vorweihnachtszeit, einen schönen zweiten Advent. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss, euer Helmut.